Sie hören Sag noch mal, ich liebe dich Von Olivia Poulet und Laurence Dobiesch Aus dem Englischen von Annette Hahn Gelesen von Christiane Marx, Oliver Kube und Tim Gößler Ein Hörbuch des Argon Verlags Prolog 9. Mai 1997 Pippa Wetten Claire Danes musste sich mit sowas nicht herumschlagen? Wetten Leo war der perfekte Profi? Reibungsloses Zusammenspiel im Casting Ehrfurcht und Respekt von Seiten des Filmstudios Und lockerflockige Kommunikation mit Lurmen Bestimmt sind die beiden ab Tag 1 Mit vollem Einsatz und überzeugender Chemie dabei gewesen Ganz im Gegensatz zu John T. Ronson Der sich kurz vor der Kostümprobe Noch einen fetten Purjoint reinzog Danach erst mal abstürzte Und bis gestern nicht mal seinen Text richtig gelernt hatte John T. Ronson Durch dessen hemmungslose Flirterei Ich anfangs dachte, er habe nichts als seine Julia im Sinn Der aber bald in beiden verfeindeten Adelshäusern sein Unwesen trieb Indem er erst mit der Amme der Kapoletz herumknutschte Dann aber dem ausladenden Hinterteil der Dame des Hauses nicht widerstehen konnte Und der sich jetzt an Lady Montago heranmacht Während sie sich im Rahmen ihrer Aufwärmübungen aufreizend streckt und dehnt Wie soll ich das Publikum zu Tränen rühren Wenn man Romeo neben der Bühne lieber seine Mutter begafft Als seinen Text mit mir zu sprechen Tief einatmen, Pippa Und ausatmen Ich werde mich nicht von der Unprofessionalität anderer aus der Bahn werfen lassen Ich werde alles geben Über mir in den Weg geworfene Hindernisse werde ich einfach hinweg gleiten Ich werde wie ein Phönix aus der Asche steigen Dies ist meine große Chance Dies ist der Abend, an dem ich mich über jeden Zweifel erheben Und meinen Eltern beweisen werde, dass ich, Pippa Lyons Ihre Erst- und Einziggeborene, zur großen Schauspielerin bestimmt bin Schließlich passiert es nicht jeden Tag Dass eine 15-Jährige die Hauptrolle im Theaterstück zum Schuljubiläum bekommt Oder? Dessen Aufführung in der örtlichen Jungenschule stattfindet In der ihr Vater zufällig Direktor ist Ich kann mir keine bessere Gelegenheit vorstellen Eine brillante Darbietung abzuliefern Noch dazu, wo die Jungsrollen von echten Jungs gespielt werden Ein wahrhaft revolutionäres Konzept Bisher habe nämlich ich dieses Profil bedient Von Mr. Bumble, Oliver Twist Über John Proctor, Hexenjagd, bis hin zu Worsal Garmage Diese Vogelscheuche aus den Kinderbüchern Okay, nicht unbedingt meine Glanzrolle Meist mit kratzigem falschen Bart Und gewagt wirkenden Küssen auf den eigenen Daumen Wenn ein anderes Mädchen meine Liebste spielte Doch diesmal ist es anders Diesmal sind beide Geschlechter massenhaft vertreten Diesmal trage ich ein Kostüm, das mir tatsächlich passt Diesmal küsse ich statt meinen Daumen echte menschliche Lippen Diesmal spiele ich die Hauptrolle Und nicht irgendeine Hauptrolle Sondern die Julia Auf der anderen Seite der Bühne sehe ich Tanja Sie ist so aufgeregt wie ich Hüpft von einem Fuß auf den anderen Zupft an ihrem Halstuch Boxt hin und wieder energisch in die Luft Tanja Marley Meine Komplizin für alles Meine sture, sterbenstreue beste Freundin Seit dem ersten Schultag Als wir unseren Bund mit dem Tausch von Freundschaftsarmbändchen Und der geteilten Leidenschaft für Disney-Sammelkarten besiegelten Sie ist das einzige Mädchen der All-Hello-Girl-School Das darauf bestand, eine Männerrolle zu übernehmen Obwohl es genug Frauenrollen gab Scheiß drauf Hatte sie unserem Regisseur, Vera Am ersten Probentag gesagt Wir wissen doch alle, dass Mercutio die coolste Rolle im ganzen Stück ist Also werde ich den Mercutio spielen Und was Tanja will, kriegt Tanja für gewöhnlich auch Jetzt sieht sie mich ebenfalls und zwinkert mir grinsend zu Sie ist kaum wiederzuerkennen Ihr wildes Haar ist in einen glatten Knoten gebändigt Und mit den angemalten Augenbrauen sieht ihr Gesicht noch kantiger aus als sonst Sie trägt einen Overall aus schwarzem Satin Dazu goldene Cowboy-Stiefel Und ich weiß jetzt schon, dass ihr schlagkräftiger, radikal-naturalistischer Mercutio Das Publikum zum Toben bringen wird Perfekt synchron Heben wir den linken Arm Und ich weiß jetzt schon, dass ihr schlagkräftiger, radikal-dialog-dialog-dialog-dialog-dialog-dialog-dialog-dialog-dialog-dialog-dialog-dialog-dialog-dialog-dialog-dialog-dialog-dialog-dialog-dialog-dialog-dialog-dialog-dialog-dialog-dialog-dialog-dialog-dialog-dialog-dialog-dialog-dialog-dialog-dialog-dialog-dialog-dialog-dialog-dialog-dialog-dialog-dialog-dialog-dialog-dialog-dialog-dialog-dialog-dialog-dialog-